ja hallo und willkommen zur welche folge ist das die neunte ich hab keine ahnung ich glaub die neunte folge von the evil within und ich hab mir verstärkung geholt hier kann es wieder gehen ich bin erst kapitel 6 scheiße ich hab irgendwie rausgefunden dass es 15 kapitel gibt gibt jetzt geht es aber los hat sie etwas erschreckt haben die irgendwas mit meinem kopf gemacht sie sehen nicht gut aus ja klar natürlich sich nicht gut aus vielleicht weil ich in so einem horrore trip schiebe okus schleim super 8000 vor viel nein habe ich noch irgendwo munition irgendwo war da noch ein schrank egal leck mich mach die tür halt noch leider lauter auf so so was können wir gebrauchen ich glaube ein bisschen mehr leben oder oder was brauchen wir leben wir brauchen leben oder gut nachladegeschwindigkeit magazinkapazität brauchen wir auch mehr genau ich hätte wäre vielleicht auch ganz schlau gewesen aber das machen wir das nächste mal so jetzt wird kurz gespeichert ja so und dann geht es weiter ach nee da hinten nee hä wie komme ich hier wieder raus der spiegel ist heil und der andere auch wie kommen wir hier raus hä bin ich behindert hier ist irgendwo hier ist ein zeitungsartikel kirchenboden bricht ein kirchenboden ok ich weggeklickt immerhin jetzt kommen bilder kürchenboden fotos fotos von der kirche oder irgendwas eine kirche eine kirche in der kirche ist einfach mal ein gigantisches loch ich habe mich gerade nicht erschrocken nur damit das klar ist ja da kann nur langsam so eine hand aus dem foto aber aber sonst war nichts und zwar gar nichts gar nichts hallo 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 Das Licht ist ausgegangen. Oh, nö. Ich dachte mal hier wäre ich sicher. Oh, ii. Ah! Jetzt hab ich Angst. Lalalalalalalala! Okay, gut. Hallo? 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 Boah, ich schieb grad richtig Panik. Hallo? Oh Gott! Fuck it! Sieht bestimmt jetzt richtig aus. Warte mal, seit wann ist da hinten ein Gang? Oh man, seit wann geht's hier weiter? Seit wann geht's? Joop! Mann! Mann! Ja klar, das ist... ...normal. Ich muss da hinten hin. Leslie! Wir haben Leslie gefunden. Leslie rastet aus. Der Kauer, er hängt immer in irgendwelchen Ecken. Sebastian? What the fuck? Seit wann kann der nochmal reden? Gott! Gut. Abgesehen davon, dass der Knall eben so, einfach mal so ultimativ laut war. Wo sind wir jetzt? What the fuck? Hey, der Spiegel ist kaputt. Und wir können da nicht rein. Och ne, wir sind jetzt in der Kirche, oder was? Super. Okay, die kann man nicht kaputt machen. Ich fühl mich hier irgendwie sicherer als eben gerade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weißt du warum? Weil Tageslicht. Was? Nein, das erste Mal Sonne. Seitdem ich dieses Spiel spiele. Oh mein Gott. Ich hab die Kirche gefunden. Genau wie auf den Fotos. Ja, das ist ja auch die Kirche von den Fotos, du hässlicher Vollmongo. Ich hoffe nur, hier sind keine Zombies, weil dann haben wir easy going. Dann geht's richtig ab. Ist hier irgendwas? Hallo? Und da oben kann ich hin. Düm, 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 düm. Oh ja, Munition. Cool. Kann ich die Kisten? Da ist auch Munition drin. Wo ist das denn? Ich würde ein bisschen aufpassen Das Ding tut weh Oh, ne Spritze war das, cool So Jetzt schauen wir mal, was uns die Kirche bringt, ey Warum müsste die Alte dann auch in den Keller gehen, ey Guck mal Juhu Hallo Oh, da ist ein Schlüssel hinter gewesen Oh, gutes Versteck Habe ich gar nicht gemerkt Ey, da schießt jemand Das heißt, wir kennen jemanden Von da hinten Von da hinten Oh, Video Ach nee, das ist unser Kollege Ich seh den immer nur irgendwo liegen und schlafen Oh, nö Oh, nö Da rein, auf geht's Oh, lass die Zombies bitte nicht auch noch an Tag kommen Oh, doch Jetzt kommen sie auch am Tag Oh, immer diese Bomben Oh, die sehen so lecker aus Die vier, ne Auf mit dem Scheißding Ich bin dran Das braucht ein bisschen Zeit Verdammt Oh, nö Ja Jetzt werfen die auch schon mit Äxten Ich hab mich gerade erschrocken Als er vor mir stand Ich hab doch zuerst geschlagen, Mann So Oh, nö Keine Munizung mehr Habe ich mal zu gucken Das macht mich nervös Ja Was soll ich ohne Munition gegen die ausrichten Mach die Tür auf Lauf Hä Gut Auf einmal verbrennen sie alle Freut mich Oh, hier kann ich irgendwas nehmen Und noch mehr nehmen Da ist noch mehr So Oh Nicht noch so ein Ding What What, 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 what Hallo, ich will weg Hier Ja So Endlich verbrennt er So Genau Wie soll ich alle diese Zombies aufhalten Ich übernehme die Falle Halt du sie auf Wenn du Zeit zum Beschweren hast Ja, natürlich habe ich Zeit zum Beschweren Nimm die Munition auf Nein, 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 nein Stirb Nimm, 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 nimm Nachladen 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 Ah, das ist ein Priester Brennen So So Ich vollidiot Ich habe mich gerade selbst in Flammen gesetzt Und so Aber Entspannt Und ich habe schon wieder keine Munition mehr Oh, nicht getroffen Ha Sebastian, los jetzt Wir können abhauen Wo kommen die denn alle her Ha Überlebt Ist ja nicht so, dass ich viel zu wenig Munition hatte Lass uns kurz ausruhen In dem Tempo halten wir das nicht durch Ich Ich denke, wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden Was ist mit dem Turm da? Von dort hätten wir eine gute Sicht Alles ist besser als hier zu bleiben Ach was So, ich hoffe, hier ist irgendwas Sinnvolles drin Ein Scharfschützengewehr Noch eine Heilung So Hier ist wieder ein Spiegel Du hast das Ding jetzt getötet, ne? Wie lange werde ich hier noch gebraucht? Wow Jetzt ist es nicht mehr so gruselig So Mal gucken, was sich hinterher Dem neuen Schlüssel verbirgt Weil dann Oh, ich brauche nicht so einen scheiß Glibber Wir haben eh keinen Keine Munition Ach man Gibt es eigentlich jetzt immer noch diesen Keller? Oder ist der jetzt wieder weg? Ne, der ist wieder weg Dann würde ich da auch nicht hingehen Wenn das nicht gruselig ist Das ist ja langweilig Habe ich recht? Ja Siehst du? Gut So Ähm, was machen wir bei den nächsten Punkten? Alleine Reserve Ich habe nie Reserve Das ist mein Problem Feuerrate nach der Geschwindigkeit Ah, ich kann auch die Die Shotguns und so Verbessern Das wusste ich gar nicht So Dann haben wir die auch noch verbessert Zeige dir, zack So Einmal speichern Ich habe so Panik bei diesem Spiel Ich muss immer speichern So Und wieder zurück in die normale Welt Und weiter geht die Fahrt Oh nö Mit dem Scharfschützengewehr treffe ich schon mal nichts Doch, ich treffe was Also Die sind dahinter Hinter der Tür Alle Der hat bestimmt irgendwas fallen lassen Ja Shotgun Munition Gut So Ich überlege gerade, ob ich oben oder unten langlaufe Oh, auf der anderen Seite kann man auch noch lang Echt? Oh, hier sind nur solche Zombies Oh mein Gott Nein Burn Weißt du was das perverseste ist? Die Zombies können schießen Sicher Oh Gut Oh, er tötet sogar welche Äh, haha So 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 Jetzt unter den Türen hier irgendwas Nö, da können wir nicht rein Ja, die schießen von oben Obwohl ich aber jetzt Die Scharfschützengewehr Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten Wie viele Geschütze sind denn da? 1, 2, 3, 4 Ja, super Oh, hi Hallo Uh Ich muss irgendwie Munition finden oder so Ich hab gar nichts mehr Nö Gucken wir mal auf der anderen Hallo Greif ihn an Du hast ne Axt Wow Ha Tod So Ich sag ziemlich oft so, oder? Geht schon, ne? Hm, hm Ach, diese Minen funktionieren nur bei mir Das ist ja intelligent So So, so, so Oh, noch eine Brennt beide Du auch Brenn Ich find die Schön, dass sich der Computer neu startet Stirb Ich nehm mich auch noch mit Und Brenn So Jetzt Ich hoffe, hier oben ist keiner mehr Gut Dann Wird der jetzt entschärft Gut Die Jetzt hab ich ein paar extra Womit kann ich die Fischer töten Immerhin etwas Stirb Ja, ich brenn Oh mein Gott Ich will nicht sterben Ja, ja Oh, cool So Mittlerweile Läuft es doch ganz gut Lass ihn Hallo So Und ein bisschen Hallen Wird doch stehen So Hier hinten haben wir irgendwas Das sieht cool aus Gucken wir mal Ah Jetzt können wir wieder Auf die andere Seite Ich weiß zwar nicht genau Wofür das ist Aber Da wird sich schon Eine Verwendung für finden Och nö Äh Was machst du? Warte. So. Oh, hier liegt was. Noch eine Spritze. Habe ich noch irgendeine normale Waffe mit Munition? Nö. Gut, der Generator läuft jetzt. Hier oben ist... Nein! So. Nummer zwei ist tot. Diese Bewegungsmelder sind asozial. Ha. Jetzt haben wir nur noch zwei von den Fischern. Und ich glaube, mein Kollege stirbt gerade. Oh ja. Och, nö. Endlich wieder Munition. So. Nummer drei haben wir auch. Oh, gar nicht mal so schlecht läuft das hier. Ich spüre da nicht nur darauf, dass der hier hochkommt. Da ist er. Oh. Oh, die werfen mit Echsen. Das ist asozial. Sag ihnen, die sollen aufhören. Gut, ihr habt es nicht anders gewollt. Das steht ja wieder auf. Einschluss habe ich noch. Greif ihn an. Ja, gut. So. Das wäre auch erledigt. Hier ist noch Munition. Einen habe ich noch nicht geschützt. Geht, hört, hat eingeschützt. Aber ich weiß auch nicht. Pum. Ähm. Was ist das? Harpunenbolzen. Oh, brennt. Jetzt kann ich die Türen hier aufmachen irgendwie. Oh. Okay, gut. Mach ich nicht nochmal. Keine Angst. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Hallo. 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 Ja. Ja. Hallo. Oh, nicht schon wieder. Nein. Ihr habt mich gerettet. Ja, diese Priester sind echt abartig. Die gehen gar nicht, klar. Aber. Ich hoffe, hier ist was Sinnvolles drin. Ja. Ja. Gut. Jetzt auch noch Munition. Ich habe das Gefühl, ich muss den Generator jetzt nochmal anmachen. Und die Tür dann aufmachen. Ich gehe einfach mal rüber. Ich kann ja nicht schaden. Ha. Haha. Du bist rausgeflogen. Döp, 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 döp. Ach nee, der ist noch an, okay. So, eingeschützt ist noch offen. Das aktivieren wir so gut. Ich habe noch einen Schuss in meiner Sniper. So. Jetzt haben wir alle. Oh. Ach, nö. Nö, 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 nö. Ich hasse das Vieh, habe ich das schon mal erwähnt. Ach, nö, nö, nö. Oh, wie er mal gleich zusammenbricht. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Ich will das jetzt noch schaffen. Ähm. Jetzt ist es über den Lautsprecher an. Gut. Warte, ich versuche den jetzt noch zu töten und dann ist die Folge auch wieder vorbei. Denk gar nicht erst. Warte, 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 jetzt wieder den. Jetzt wird er wieder aus dem Gefecht gesetzt. Ja, genau. Jetzt nochmal den Bolzen. Und jetzt schießen wir ihn nochmal ab. Aber er will nicht sterben! Er brennt, er brennt, er brennt, er brennt. Ja, ich habe ihn getötet! Na, motherfucker! So, und jetzt gehen wir hier rein und ich hoffe, hier steht gleich Speichern, weil die Folge ist einfach mal schon übertrieben überzogen. Aber das juckt ja keinen, ne? Wir freuen uns ja alle, dass es länger geht. Der Aufzug steckt hier nicht fest. Ne? Ich warte eigentlich nur darauf, dass hier irgendwo Speichern steht. Hm. Komisch, der Aufzug steckt fest. Warum wohl? Ja, wow! Das ihn das jetzt so überrascht hat, wundert mich. Oh, cool. Gott, kein Bock, das zu lesen. So, gut. Oh, 32, 33 Minuten. Das ist mal eine Folge. Hallo? Wehe, hier wird gleich wieder alles schwarz und ich kriege Angst. Hör auf zu lachen, das ist nicht witzig. Kann ich auch von hier speichern? Ja. Da, speichern, überschreiben, ja, nehmen, ja. So, gut, das war's für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tudelü! Ich hab jetzt keinen Bock mehr, ich will das ganz schnell ausmachen.